Heute stelle ich euch den K2 Alufit vor. Seine Form ist hier etwas breiter, hier wird er wieder schmal. Sein Radius ist 13,5, aber hier, wenn du das siehst, ist es relativ weich oben. Das heißt, ihr habt damit wirklich Spaß. Ich habe ihn auf der Piste ausprobiert, bei allen möglichen Bedingungen. Es war immer toll, mir hat es immer Spaß gemacht. Wenn ihr sportlich gut drauf seid, wenn ihr motiviert seid, wenn ihr Gas geben wollt und vor allem wenn ihr Spaß haben wollt, dann kauft euch den Ski, weil ihr könnt im Gelände und auf der Piste immer Spaß haben. Bis zum nächsten Mal.